Aber du bist ja sehr diszipliniert unterwegs, ne? Ja, aber... Also bist du so schlimm wie ich. Ja, was heißt diszipliniert? Also ich glaube, als YouTuber-Dasein wäre es besser, undiszipliniert zu sein und auch mal viel rauszugehen. Also so dieses, so YouTuber-Partys oder Events und so, das ist für mich immer... Ich bin da so ganz komisch. Ich weiß auch nicht, warum, aber ich habe immer, wenn jetzt zum Beispiel so dieses Ding auf der Dachterrasse zum Beispiel, da bin ich schon Tage vorher aufgeregt, deswegen. Also kurz, um euch abzuhören, wir hatten von, also unsere beiden Managements, Flo Forward, Second Wave, liebe Grüße an der Stelle, die haben eine kleine Party veranstaltet zum OMR, wo viele Creator da waren, und da musste Flo auch überredet werden, vorbeizukommen, weil, also, da hat er mir auch selber schon häufiger, hast du mir auch schon häufiger erzählt, so dass du nicht so der große Fan eigentlich von so, hi hi ha ha und hallo und wir quatschen mal ein bisschen, sondern du hältst dich eigentlich so ein bisschen eher im Hintergrund und machst einfach dein Zeug. Ja, stimmt, ja. Und da haben wir uns dann auch gesehen, aber ich fand es eigentlich, am Ende war es eigentlich ganz cool. Ja, doch, ich, ich, doch, ist auch so, ich kann das auch, ich kann mich auch gut unterhalten, aber ich bin immer schnell ausgelaugt, ich bin immer schnell ausgelaugt unter Menschen, so. Ich weiß nicht, ich bin dann immer so, die Batterie hält das nicht so lange durch und dann brauche ich auch wieder mal ein bisschen Zeit, so, für mich, das ist irgendwie ganz komisch. Ich weiß auch nicht, warum, woher das kommt, aber so dieser ganze Trubel um einen herum ist immer so ein bisschen, ich weiß nicht, ich fühle mich da immer unwohl, weiß nicht, ich kann es nicht beschreiben. Würdest du sagen, du hattest eigentlich, ich sag mal, neben dem, neben dem Ganzen, ich sag mal, dass du das Vollzeit machen kannst und dass du davon leben kannst, hättest du, hättest du je gedacht, dass das diese Ausmaße bekommt irgendwann? Nee, also. Dass es auf diese eine Million geht, weil du warst ja lange so auf, auf, wenn ich mir jetzt recht entsinne, wo ich dich damals das erste Mal gesehen habe, das war so 10.000 bis 20.000 Abonnenten, glaube ich, und dann ist das ja durchgekracht, bis zum Gehtnichtmehr. Ja, genau, also ich hatte, ich bin jahrelang auf 2.000 Abonnenten rumgekrebelt, hab das auch und auch wirklich etliche Male habe ich dann zu Luke gesagt, ey Luke, ich, so, warum mache ich es eigentlich noch? Also wirklich, ist einfach so, dann hat man auch mal so Durststrecken gehabt, aber dann hatte ja Zeo, hat ja drauf aufmerksam gemacht, liebe Grüße an der Stelle und dann ging das irgendwie auf 10.000 Abonnenten relativ schnell und dann ging es halt zack, zack, zack und Schlag auf Schlag. Und Mio war, glaube ich, ich weiß es nicht mehr genau, ich glaube sechs bis neun Monate, dann war auch die Million voll nachher. Das ist voll abgefahren. Ja, also das ging schon, das ging schon sehr, sehr schnell nachher, aber ja. Das lief dann so über Jahr 2020, ne? Ja, genau, Ende 2019 und 2020, das war richtig, das ging richtig ab und das war auch, rückblickend betrachtet, war das auch einfach enorm viel Druck, weil da wirklich jedes Video eine Million gehittet hat, also wirklich über Monate und das war irgendwann, eigentlich ist es geil gewesen, aber irgendwie wollte man auch so, ey, bitte lass es aufhören, dass ich diesen Druck nicht mehr habe, weißt du? Ja, verstehe ich, verstehe ich. Das war dann irgendwie, für Luke und mich war das irgendwie einfach, das war über Monate einfach eine Dopamin-Achterfahrt, also wirklich die ganze Zeit, das war irgendwie, so rückblickend betrachtet, war das, äh, war das nicht so, nicht so geil, weil natürlich ist es jetzt, also es ist jetzt so, hast du eine ganz normale Zuschauerschaft. Es hat sich eingepegelt. Genau, es hat sich eingepegelt, aber du bist halt so verwöhnt gewesen, dass du siehst, ein Video hat 300.000 Aufrufe und du denkst, ja, okay, warum nicht mehr, war eine Zeit lang, aber das ist halt eigentlich normal, also es ist ja ein normaler View-Kreis, in dem man sich dann bewegt. Ja, genau, das war dann, ja, das war, man hat quasi mit einem krassen Hype angefangen und dann ist es nachher, hat es sich normalisiert und da, ja, surft man quasi so auf dieser Welle jetzt die ganze Zeit. Würdest du sagen, es war eher ein ernüchterndes Gefühl, weil es ist ja immer erwartbar, wenn so, ich sag mal, ein Hype passiert, dass es eher ernüchternd ist, dass du sagst, oh, jetzt flacht es ab und das Video hat jetzt mal nicht 100.000, äh, eine Million Klicks oder ist es so, dass du sagst, oh, endlich, es beruhigt sich das endlich mal wieder und es kommt eine Routine rein. Es ist, glaube ich, so ein bisschen ein Mix aus beiden. Es ist geil, aber es ist auch irgendwie nicht geil. Ja, man macht sich so ein bisschen Sorge, ne, weil ich glaube, das war, ja, Kevin sagt das, weil Kevin hat manchmal so lichte Momente, also ein paar Platte, da hat manchmal so lichte Momente, wo er schlaue Sachen sagt. Ja. Und da hat er einmal, hat er gesagt, das war dann aber im Bezug, aber ich denke, man kann es ummünzen auch auf Klicks, das war im Bezug auf Viewerzahlen auf Twitch. und er sagte, hey, wenn du einmal so deinen Peak erreicht hast und du hältst ihn eine Zeit lang und alles, was da drunter fällt, ist dein Rückschritt. Sprich, dieser Peak ist dein neues Null. Ja, ja, genau, genau. Und ich fand das eigentlich so, ich fand das so sehr treffend, weil ich dasselbe Gefühl damals, also zu meiner Twitch-Zeit auch hatte, so wo das so 2020 ganz gut lief, so, wo ich dann auch viel mit anderen Creatern gemacht habe, wo viele Zuschauer und viele neue Zuschauer dazukamen und das alles irgendwie groß gewachsen, ist und es lief alles sehr gut und es sah danach aus, als wenn das jetzt so ein Ding ist, was sich richtig gut hält. Und dann dreht sich auf einmal die ganze Scheiße wieder nach hinten und du denkst dir, ja, scheiße, verlierst du so ein bisschen den Sand unter den Füßen. Und da habe ich mich halt immer gefragt, ja, und dann kommst du aber auch in so eine gewisse Panik rein und denkst dir halt so, ja, scheiße, was mache ich denn jetzt? Also was wollen die Leute jetzt haben? Was erwarten die Leute von mir? Und ich war da völlig planlos. Und im Endeffekt pendelst du dich dann irgendwie wieder ein, dass sich dann so die Erwartungshaltung irgendwann anpasst mit der Zeit. Aber der Weg dahin ist ein relativ langer. So, das ist auch so eine gewisse Art von Akzeptanz. Ja, ja, stimmt, stimmt. Aber ich wollte nochmal auf die Weise zurückkommen, wie er gearbeitet hat. Und zwar machst du das ja zusammen mit Luke. Genau, mit meinem Bruder, ja. Ist er auch schon immer von Anfang an dabei gewesen oder erst seitdem du diesen ganzen Sketch-Kram machst? Nee, also er ist tatsächlich, ich habe ihn relativ spät nachher. Also Ende 2019, glaube ich, ich glaube, der kam im Dezember 2019. Also wo das halt so richtig losging und das so viel wurde. Und dann habe ich gesagt, und ich habe dann zu dem Zeitpunkt habe ich einfach schon richtig viel Kohle verdient. Also Dezember 2019, ich habe, glaube ich, Monetarisierung bei 100.000 Abonnenten angemacht. Irgendwie so war das. Okay. So habe ich das nachher gemacht. Und dann habe ich schon gesehen, okay, krasser Monat. Und das sieht gut aus. Luke, willst du mir helfen? Und dann, ja, so hat sich das eben ergeben, dass ich halt selbstständig bin. Und er ist halt ganz normal angestellt bei mir seit jetzt dem vierten Jahr. Genau, also 2020, 21, 22. Genau, viertes Jahr ist er jetzt mit bei. Und das klappt auch gut. Und ich könnte mir halt auch niemanden besseren vorstellen, mit dem ich halt zusammenarbeite. Weil du kannst dich nicht so gut streiten und so gut wieder vertragen wie mit meinem, also Luke und ich sind, wir sind sehr, also wir sind beste Freunde, aber auch natürlich Brüder. Und wir haben auch einfach ein richtig, richtig gutes Verhältnis. Was ja viele auch nicht haben unter Geschwistern. Mhm. So ein enges. Aber ich könnte ihm, also ich würde ihm blind vertrauen. Ich gebe ihm alles, meine, ich könnte ihm alles geben, alle Geheimzahlen. Ich weiß, er wird keine Scheiße machen. Auch wenn wir den dicksten Streit hätten, er wird keine Scheiße machen. Das ist ja total geil, weil du musst nicht irgendwie wen Neues einstellen, der dir hilft bei dem ganzen Kram und den erst so richtig kennenlernen beziehungsweise nicht so mit dem akklimatisieren. So ist es dein Bruder, das ist so eigene Familie und der macht auch irgendwie, irgendwie ist das auch geil, dass ihr zusammen so ein Schritt macht. Ja, finde ich auch. Finde ich auch. Also es harmoniert gut. Ist irgendwie cool. Du warst vorher Metallbauer. Genau, ich war Handwerker. Zehn Jahre. Also voll krass. Ja, zehn Jahre. Da bist du ja mit, warte mal, wann? Mit 16 aus der Schule? Mit 16 aus der Schule, Realschule gehe ich mal voraus. Genau, mittlere Reife, ganz normal. Und dann direkt in die Lehre rein. Genau, direkt in die Lehre, das durchgezogen. Dann war ich ja mit 24 für ein Jahr in Amerika. Ja. In St. Louis habe ich da gelebt. Ach, geil. Genau, habe da YouTube weitergemacht und so. Also meine Gasteltern wussten das nachher. Also die haben das natürlich mitgekriegt und so. Wie war das damals? Weil ich kenne das selber von meinen Twitch-Kram, wenn man dann so sagt so, ja, komm mal jetzt nicht in mein Zimmer rein, weil ich stream. Und du musst dir das irgendwie erklären. War es dir unangenehm? Ja, schon. Also ich muss sagen, in Amerika weniger als in Deutschland, weil die verstehen natürlich nichts, aber die haben das auch voll abgefeiert. Auch als ich da YouTube gemacht habe und halt 2000 Abonnenten hatte. Ich habe da, was habe ich da für Kram gemacht? Ich habe denen da Mucke gezeigt. So hier, so Amis reagieren auf. Ach, waren die mit in den Videos? Ja, die haben so, ich habe denen so Jizzes gezeigt und so. Wie geil. Ja, ja, ja. Und das, sowas halt, sowas habe ich mit denen gemacht oder ich habe so Snacks mir reingezogen. Also ich habe mit denen YouTube-Videos gemacht und das war ziemlich cool. Und ich habe da auch Sketche gedreht. Hast du auch Kontakt zu denen? Ja, ja. Oh, Hammer. Ja, ja, doch. Also das ist wie eine zweite Family geworden. Auch beides sehr, sehr gute Menschen. Das war auch so ein bisschen so ein Glücksding, weil ich war, ich hatte eine Gastfamilie und wir waren dann in New York und kurz vor New York ist meine Gastfamilie abgesprungen. Oh, scheiße. Ja, genau. Das wäre dann, die hatte aber auch eine beeinträchtigte Tochter irgendwie. Also dann hätte man sich so um das Kind so ein bisschen mitkümmern müssen und irgendwie sind die nachher abgesprungen. Die sind kurz vorher abgesprungen und ich stand dann da, glaube ich, in New York ohne Gastfamilie. Und dann hatte das meine Gastmom, die ist halt der Chef von dem College gewesen, wo ich war. Die hatte das gesehen und hat gefragt, ey, wurde dann von diesem College-Berater, wurde gefragt, hey, hier, wir haben den. Könnt ihr da vielleicht gucken, ob der irgendwo bleiben könnte? Kennt ihr da jemanden? Und dann haben die gesagt, ey, wir nehmen den einfach. Ja. Und so ist das gekommen und das war, also das ist wirklich das beste Jahr gewesen. Also was war das für ein Rahmen? Also du bist da zum College gegangen? Genau, so ein Community College war das, ne? Ah, okay, okay, okay. War das dann für, einfach für ein Jahr? Nee, also ein halbes Jahr College und ein halbes Jahr mussten wir uns einen Beruf so suchen, wo wir arbeiten. Und ich musste halt, das ist so ein Programm, kann ich auch jedem empfehlen, das ist hier parlamentarisches Patenschaftsprogramm, also PPP, CBYX, einfach mal das googeln. Warte mal, ist das nicht, muss man da nicht irgendwie auf Empfehlungen rein oder sowas? Nee. Ist das nicht über den Bundestag? Also ja, du musst dann, du kriegst dann Abgeordneten an die Seite dann. Ach, krass. Ja, ja, genau. Also das ist so ein, eher was für Berufstätige ist das, du musst einen ausgelernten Beruf haben und so und ich war auch kurz vor der Grenze, also ich war 24, ich glaube 25 durfte es so sein und ja, genau, dann habe ich das, habe ich das darüber geschafft. Ich habe es aber auch nur geschafft, weil, weil ich war zweite Wahl und die vor mir, das Mädel aus McPom ist abgesprungen und so bin ich da reingekommen. Ach, so haben die quasi dann aus jedem Bundesland, nehmen die dann immer so jemanden, und McPom halt nur eine Sau, also wirklich nur eine. Also es ist dann angepasster wahrscheinlich in die Einwohnerzahl oder sowas. Ja, genau, genau. Also das war auch, genau, das war damals eine, ich erzähle das immer wieder ganz gerne, weil das war damals so eine richtig blöde Zeit, weil ich mich da in so einem Loch befunden habe und ich habe so gedacht, ey, okay, irgendwie war es das jetzt, also ist das das jetzt, was du irgendwie, das machst dein ganzes Leben und ich war dann in so einer, ich habe so alles hinterfragt und habe dann irgendwie, da kam irgendwie alles aufeinander, ich habe da alles so, wo ich richtig Bock hatte, hatte ich dann irgendwie probiert, dann war einmal dieses Patenschaftsprogramm, hat meine Mutter mir gegeben, hat gesagt, ey, bewirb dich doch mal, habe ich mich darauf beworben und parallel habe ich mich aber auch noch bei den Rocket Beans, damals für Game 2, beworben. Ich war da zum Casting und habe bei beiden eine Absage gekriegt. Ach du Scheiße. Und habe dann gesagt, ja, okay, fuck, aber dann habe ich irgendwie später noch vier, ich glaube sechs, vier oder sechs Wochen vor diesem Beginn, habe ich einen Anruf bekommen von der Frau, von der Doreen, liebe Grüße, an der Stelle, die hat mir gesagt, ey, hast du Bock, das Mittel ist abgesprungen, du könntest es mitmachen. Genau, und so ist das zustande gekommen. Also es war so, ja, das sollte alles sein. Und dann erst mal nach Amiland. Ja, genau. Du sagtest, du warst da dann so am College. Ja. Wie krass war es für dich so, war es ein krasser Kulturschock? Also war es sehr anders zu dem, wie du es hier in Deutschland kennst? Ja, also College denkt man natürlich erst mal so an, so Dick-Partys und alles und Jocks und so, ne, aber das ist ja so ein Community-College gewesen, das war ein bisschen anders, aber ich habe das gemocht, so diesen Campus, die ganzen Kurse und so, irgendwie habe ich das gemocht, also es war immer so eine wilde Kombo, weil teilweise waren die Leute in den Klassen jünger, wesentlich jünger, irgendwie 18, 90, war halt 24 oder die waren wesentlich älter, weil sie halt irgendwie einfach noch so ein Studium nachholen. Deswegen war das irgendwie cool, aber es war jetzt nicht so ein Schock, sondern es war einfach das ganze Jahr über war einfach nur geil, also es war wirklich nur geil, das war wie so ein langer Trip, irgendwie Ferienlager, einfach ein ganzes Jahr über war wirklich kein schlechter emotionaler Tag, also es war nur geil, wirklich nur geil, es war krass. Geil, geil, geil. War es dann in St. Louis, ich glaube es ist Missoui? Missoui, ja, ja. Bis zum nächsten Mal.